So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn das nächste Event ist ja gerade gestartet, sozusagen also während das Lichtfestival noch läuft, ist jetzt hier dieses Rocket Event gestartet, mittendrin währenddessen. Es laufen also sozusagen zwei Parallele Events gleichzeitig und es ist schon wieder das nächste danach angekündigt, das heißt es wird nicht langweilig, nachdem wir jetzt auch schon einige Überraschungen hatten, sprich Shiny Skaluk auch was released wurde, was meiner Meinung nach sehr überraschend kam. Haben wir jetzt im Sino-Event, man kann es ja Sino-Event sagen, zu Pokémon Strahlener Diamant und Pokémon Leuchtende Perle wieder ein paar besondere Schmangerl für euch. Ihr wisst ja, die Remakes werden released, Pokémon Strahlener Diamant, Pokémon Leuchtende Perle. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr damals Diamant und Perl gespielt habt, ob ihr euch jetzt die Remakes holt, was ihr euch holt, Diamant oder Perle oder sonst was. Wie gesagt, ich fand eigentlich Dialga das coolere Pokémon, was ich auch nützlicher finde und ich auch öfters einsetze, gerade auch in der GBL und so weiter hin und her. Aber ich fand irgendwie das Cover von Perle mit Palkia und diesem rötlichen Touch, hat mir irgendwie besser gefallen, war nicht so kalt einfach. Deswegen werde ich, ich habe es mir ja selbst nicht gekauft, aber der Urinalbecken hat mir das, glaube ich, über die Wunschliste bestellt und so wird zum Release-Tag wohl Leuchtende Perle bei mir eintreffen. Deswegen spiele ich momentan auch ein bisschen Let's Go Pikachu, um da reinzukommen. Zu diesen zwei Spielen, zu dem Release am 19. November, wird es jetzt ein Event geben, beziehungsweise ist dieses Event wieder aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt einen generellen Teil an sich, es gibt aber auch wieder Teile, die voneinander abweichen, wo ihr in einem bestimmten Zeitraum das habt, in einem bestimmten Zeitraum das habt. Und es wird richtig coole Raid-Bosse auch geben, zum Beispiel gibt es wieder Brutalanda-Raids. Und es wird Despotar-Raids geben, was wohl viele Leute erfreut. Und ja, Brutalanda hatte natürlich einen C-Day in Form von Kind-Wurm. Lavita hatte einen C-Day, also Despotar hatte einen C-Day in Form von Lavita. Aber der Lavita C-Day ist so lange her, dass das immer noch ein richtig begehrtes Pokémon ist. Despotar ein begehrter Raid-Boss. Irgendwann kommt Mega-Despo da an die Raids, aber man kann jetzt natürlich schon gucken, dass man ein Gutes bekommt, dass man Bon-Boms bekommt, dass man XL sammelt. Und Shiny ist leider nicht möglich aus dem Raid. Warum auch immer, aber das seht ihr ja gleich. Wir möchten euch nämlich jetzt mal hier alle Fakten kurz zusammentragen. So, am Dienstag, dem 16. November bis Sonntag, den 21. November, schreibt euch das wieder auf. Irgendwie ist das immer so in letzter Zeit, dass dienstags irgendwelche Sachen starten. Oder freitags. Oder doch dienstags. Wir feiern den Release von Strahlende Diamanten Pokémon Leuchtende Perle für Nintendo Switch. Von Dienstag, dem 16. November, 10 Uhr bis Sonntag, 21. November, 20 Uhr, Ortszeit, gibt es generell doppelt so schnelle Brutmaschinen und dreimal so schnelle Super-Brutmaschinen. Es wird also Fokus auch auf das Brüten gelegt. Absolutes Highlight natürlich, Riolu, wer immer noch keinen Shiny hat, wer noch XL-Bombombs braucht, wer noch ein Hunderte Riolu braucht, irgendwas für Mega-Lucario, Entwicklung, Hunderter, Hochziehen, Level 50. Ist das was ganz Feines. Äh, kostümierte Pokémon. Finde ich an sich jetzt nicht so stark und spannend, aber trotzdem, es wird hier kostümierte Pokémon geben. Shellast, Panflamme und Plinfa mit Luzius-Hut. Ja, und dann Shellast, Panflamme und Plinfa mit Luzia-Hut. Also Luzius und Luzia. Das sind wohl die zwei Hauptprotagonisten da. Ich hab das nicht gespielt, das weiß ich nicht, aber ihr habt jetzt einmal die Mütze von dem einen Pleppo und die Mütze von der anderen Göre. Habt ihr auf jeden Fall jetzt hier auf diesem Pokémon drauf und die wird es zu unterschiedlichen Zeitpunkten geben. Natürlich auch als Shiny. Das sind nämlich die Sinostarter. Generell in dem ganzen Zeitraum, aber wie gesagt, ganz effektiv Brutmaschinen. Die normalen eben doppelt so schnell und die Superbrüter dreimal so schnell. Sammlerherausforderung. Es wird wieder eine Sammlerherausforderung geben. Wenn ihr diese abschließt, bekommt ihr 1000 EP, 3000 Staub und eine Begegnung mit Frostedja. Auch cooles Pokémon, so zu fangen, warum nicht? Kann ja nicht fliehen. Also dann bitte gelbe Beere drauf. Sammlerherausforderungen finde ich persönlich immer richtig schön. Dann neue Avatarartikel. Sticker unboxen. Guckt euch doch mal diese schönen Overalls an. Sind die nicht herrlich oder was? Wer bitte zieht sowas an? Ich würde ja noch fast sagen, das mit Plinfa sieht ja irgendwie süß aus fast. Aber hier diese Affe mit den blöden Ohren. Da hört es bei mir wirklich auf. Generell würde ich mir die alle nicht holen. Also ab Montag, dem 15. Ach, schon einen Tag eher. Könnt ihr das also im Shop? Ist im Shop erhältlich. Könnt ihr euch gönnen, wenn ihr das unbedingt braucht. Ansonsten Sino-Hoot, Sino-Topset, Sino-Hose, Sino-Schuhe, Sino-Rucksack, Sino-Rock, Sino-Stevel, Sino-Evil. Ja, könnt ihr euch hier so richtig fruchtig kleiden, wie ihr es auf dem Bild seht. Und ihr habt natürlich auch wieder richtig heftige neue Sticker am Start. Also ist alles, was man braucht. Es wird eine Eventbox geben, einmalig mit 20 Bällen im Sino-Stein. Braucht man ja vielleicht auch. Und eine Superbox für 300 Münzen mit drei Superbrutmaschinen. Zwei Brutmaschinen und einem Logmodul. Interessiert mich eigentlich beides gar nicht. Jetzt aber das Wichtige, weil das ja aufgeteilt ist. Also das mit den Brüdern ist die ganze Zeit, dass die effektiver sind. Aber ihr habt jetzt Teil 1, zu strahlender Diamant. Vom 16. bis 18. Das sind also sozusagen zwei Tage. Also ihr habt den 16., ihr habt den 17. Und am 18. um 10 Uhr. Ne, das ist... Habt ihr folgendes. Eine Hommage an strahlender Diamant. In diesem Zeitraum erscheinen Shellast, Panflamme und Plinfa mit Lucius' Hut in der Wildnis. Also die mit diesem roten Mützchen erscheinen in der Wildnis. Können als Shinies gefangen werden. In Feldforschungsprojekten erscheinen das Starter-Trio wiederum mit Lucius' Hut. Also die weiße Mütze aus den Feldforschungsaufgaben. Die rote Mütze in der Wildnis. Ist aber nicht schlimm. Ihr könnt euch theoretisch auf die Wildnis konzentrieren, weil im zweiten Teil das dann wechselt, dass dann die weißen in der Wildnis sind und die roten in den Feldforschungen. Mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Shellast, Panflamme oder Plinfa. Ist alles hier dabei. Ihr seht das wilde Pokémon. Jorob, Kramurx, Fivien, Stolunior, Shellast, Panflamme, Plinfa, Bidica, Zepurze, Haspiror. Können alle shiny sein. Skungapu kann aber nicht shiny sein. Gehört aber auch dazu. Ja, was ist davon jetzt gut? Kramurx vielleicht, weil das trotzdem richtig guter Unlicht, aber auch Flugangreifer ist. Und da schätzt den man nicht. Gerade als Krypto. Aber da könnt ihr hier schon mal Bonbons sammeln. Jorob, auch in diversen GBL-Ligen, ganz nett anzusehen. Ansonsten wem was hier als shiny fehlt, vielleicht was mitzunehmen. Was hier jetzt dasteht, mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon in der Wildnis. Wohl selten muss es wohl dann auch Sichlor geben. Hat ja eh eine erhöhte shiny-Rate. Barmelin, Burmi und Lavitar. Was ich persönlich richtig cool finde. Wer noch Bonbons braucht für seine Despotar-Armee oder noch ein shiny Lavitar, gönnt euch shiny Lavitar in der Wildnis. Aber halt etwas seltener. Die Raid-Kämpfe jetzt. Von den ersten Tagen. Also vom 16. bis zum 18. November. Stufe 1. Cognodon. Richtig starker Gesteinsangreifer. Sehr cool. Auch als shiny verfügbar. Driftlon. Okay. Bronzel. Okay. Kaumalad. Obwohl wir hatten erst den Kaumalad-Sea-Day, ist trotzdem vielleicht für viele noch interessant, die da nicht effektiv so spielen konnten. Also Cognodon und Kaumalad sind zwei Pokémon in den Einer-Raids, die einfach nützlich sind. Alle sind auch als shiny verfügbar hier, aber Raid-Kämpfe der Stufe 3. Toxikwack? Kann weg. Pjondragi? Kann weg. Schlappohr? Weg damit. Aber kann shiny sein. Aber Despotar? Despotar steht hier als Stufe 3 Raid-Kampf. Und das wird sicherlich wieder mega interessant sein für viele, die gerade in der Wildnis keine Lavitar großartig antreffen. Vielleicht hier Raid-Pässe statt Griselia-Raids zu machen. Vielleicht Despotar-Raids zu machen. Außerdem ist auch Galagladi aufgeführt, auch Stufe 3 Raids Galagladi. Finden einige sicherlich auch. Richtig cooles, krasses Pokémon. Ich finde aber immer noch am genialsten Despotar. Würde ich wahrscheinlich auch dazu tendieren, statt Kaumalad-Raids Despotar-Raids anzubieten, weil Kaumalad eben seinen Seeday schon hatte, der noch nicht so lange weg ist, aber Despotar, du gerade schön ausgewachsen, diesen fetten Knüppel kriegst, finde ich gut. Stufe 5 Vista Griselia und Mega-Raids, Mega-Schlappohr, aber Mega-Schlappohr, muss man jetzt nicht unbedingt. Ah ja, wer gerne brütet, weil ihr in der Zeit auch viel brüten sollt, gibt es zum Beispiel Knospi, Mobai, Vonera, Pantimimi, alle Shiny und Riolu Shiny. Was, wie gesagt, gut ist, wenn ihr noch einen 100er braucht, oder das Shiny braucht, oder Bonbons braucht, XL. Weil Riolu aus den 7km-Eiern würde sich da auf jeden Fall wieder lohnen, aber ich bin trotzdem immer noch kein Brüt-Fan geworden. Bevor ich massenhaft, ähm, Coins ausgebe, um Brutmaschinen zu kaufen, dann Glück haben muss, dass ein 7km-Ei vom Freund abspringlichen Platz frei habe, und dann ein Riolu da raus schlüpft, was dann auch noch ein 100er ist, da hängen so viele Faktoren ab, dann lieber vielleicht irgendwann Mega-Locario-Rades machen, dann weißt du, wenn du 100 Raids machst, hast du 100 Mal die Chance gehabt. Wenn du 100 Eier brütest, hast du vielleicht 5 Riolu drin gehabt, und hast nur 5 Mal die Chance gehabt. Aber das ist nur meine Meinung, und das kann jeder anders sehen. Feldforschungsaufgaben stehen ja auch dabei, ihr seht das, da sind also die Starter mit den weißen Mützen drin, die zwei anderen Burmis sind hier am Start, Kindwurm auch dabei, aber wird im zweiten Teil dann nochmal im Raid erscheinen, als Weiterentwicklung. Und wenn ihr Glück habt, schildere ich es auch aus den Feldforschungsaufgaben, auch shiny, aber nicht so krass wie Cognodon zum Beispiel. Teil 2 geht es dann schon, jetzt umdenken, Teil 2 vom 18. bis zum 21. Also da von 10 Uhr bis 21. 8 Uhr, komisch. Das Event, dachte ich, geht bis 20 Uhr an dem einen Tag, jetzt steht hier bis 8 Uhr, okay. Hier ist es jetzt also andersrum, es erscheinen in der Wildnis also die drei Starter, mit der weißen Mütze, die ihr im ersten Teil aus der Forschung bekommen habt, aus der Feldforschung. Und in der Feldforschung sind jetzt eben die mit den roten Mützen. Zusätzlich, Pinsir, kriegt ja auch noch eine Megaentwicklung, Traunfugil, Hunduster, hat auch eine Megaentwicklung, Schamjan, Haspirot, Sierpurze, Biditza, alles shiny und Seemobs. Seemobs aber nicht als shiny, kriegt aber hoffentlich noch sein Seeday irgendwann. Ja, Seemobs, weil Reiser war ja eigentlich auch mal ein guter Eisangreifer, aber ist mit Mammut-Tel natürlich abgelöst. Hunduster, für ein gutes Mega-Hundemon kann man immer mal wieder hier nutzen, das ist sehr cool. Pinsir vielleicht schon mal ein bisschen noch was sammeln, vorbereiten, und ansonsten finde ich, glaube ich, joa, war's das. Und hier, mit etwas Glück, begegnet ihr Fleckmon, Barmelin, Burmy, Kindwurm. Ich fand, glaube ich, Teil 1 sogar spektakulärer, gerade auch eben wegen Lavita. Ich finde, Lavita, im Gegensatz zu Kindwurm, ist trotzdem noch seltener und nützlicher. Aber trotzdem, hier auch interessante Sachen dabei, hier Raidkämpfe Stufe 1. Guck mal, Schilderus, Driftlon, Bronzel. Hier oben war's, Driftlon, Bronzel. Und jetzt ist es statt Schilderus, also statt, statt Cognodon ist Schilderus, wo Cognodon viel besser war, und kaum Malad fehlt. Also ich finde, die 1er Raids im zweiten Teil, auch deutlich schwächer natürlich. 3er Raidkämpfe, ja wieder Schlapp, Orpion Draghi, Toxiqua, Galagladi, aber diesmal Brutalander drin. Also ihr müsst jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, so auf Kindwurm, wenn ihr schon ein fettes Brutalander euch holen könnt, wenn ihr noch keinen zappt oder so. Vielleicht, weil Cressil ja auch nicht so interessant ist, werden die Leute vielleicht hier, Galagladi und Brutalander Raids machen, wäre meine Devise, denn die 1er sind Mist, die 3er sind größtenteil Mist, Brutalander, Galagladi, hier vielleicht noch am interessantesten, Mega Raid immer noch, Mega Schlappohr braucht kein Mensch, und hier habt ihr auch im zweiten Teil, die 7 Kilometer Eier unverändert, Knospi, Mobile, Vonera, Pantimimi und Riolu, also weiterhin Riolu brüten. Feldforschungsaufgaben seht ihr hier auch, diesmal also mit den roten Mützen dabei, die Stada, und dann habt ihr Burmi, die zwei Formen mit etwas Glück, Cognodon und Lavita, also das, was vorher dann im ersten Teil auch noch im Raid war, oder Wildzufang selten ist jetzt hier gewechselt, in die Feldforschungsaufgaben, dann ist der Artikel eigentlich schon zu Ende, und ich muss sagen, insgesamt gibt es trotzdem, egal ob Teil 1 oder 2, einfach coole Sachen, für mich natürlich zu schauen, alle 3 Stada mit der roten Mütze in Shiny, alle 3 Stada mit der weißen Mütze in Shiny, dass das abgeglichen ist, dann werde ich gucken, ob ich noch ein paar Bonbons für Lavita abzwacken kann, dann freue ich mich darauf, Despoda Raids anzubieten, wir werden trotzdem Cresselia hosten, an den Wochenenden, für die, die dann noch eins brauchen, oder noch das Shiny, dann wird das wechseln, statt Despoda bietet man eben dann Bruder Landa auch an, oder Galagladi, ähm, Pinsia XL, wäre vielleicht eine fette Sache natürlich, Hund Duster ist, ist gemaxed, und, ja, vielleicht wird das ein oder andere Ei noch gebrütet, und ich werde ein Riolo zu Gesicht bekommen, denn da, das 100er, wäre auch noch eine feine Sache, Schreibt ihr mal rein, auf was ihr euch freut bei dem Event, was findet ihr besser, Teil 1 oder Teil 2, was findet ihr, wäre sinnvoller zu raiden, Despoda, Bruder Landa oder Galagladi, wenn ihr von diesen dreien entscheiden müsstet, wofür würdet ihr eure Pässe ausgeben, Despoda, Bruder Landa oder Galagladi, Schreibt's in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, heute also keine Raid am Mittwoch Folge, die kommen dann am Donnerstag, dafür, dass wir das jetzt hier raushauen, weil das trotzdem eine riesengroße, fette Ankündigung ist, die ihren Platz braucht, so, heute Abend noch die Raid Mania natürlich, und ich sag's nochmal dazu, ich suche noch ein 100%iges Terrakium, also alle, die in der Raid Mania für Terrakium einladen, werde ich bevorzugt annehmen, auch wenn der mit Cobaldium als nächstes wäre, würde ich lieber den Terrakium von dem unten drunter annehmen, weil ich lieber dafür dann was ausgebe, als für den Rest. Obwohl auf Platz 2 wäre Cobaldium, weil ich da XL fürs Hunderter brauche, und auf Platz 3 Viridium, also wer für Viridium einlädt, der hat komplett verschissen, Viridium machen wir Raids für Zuschauer am Sonntag am Wochenende. Wer da noch was braucht, kann auch da sich hinwenden, dem wird dann auch geholfen. Am Sonntag 11 bis 15 Uhr. So, das war's jetzt aber wirklich von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out for out, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal,